Hallo hier ist Naruto 1986 herzlich willkommen zu Nevis ES Part 13 und wir sind gerade in Dubai angekommen und müssen jetzt das Laptop finden und erstmal hier die ganzen Spuren sichern und alles ja ausfindig machen hier ja ok sie lassen wir momentan Laptop Laptop müsste irgendwo hier drüben stehen irgendwo hier muss doch das Laptop sein Laptop äh Laptop hallo äh la 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 muss mal gucken wo die ja gut wenn wir das Laptop jetzt gerade nicht finden dann dann liegt der vielleicht drauf was so keine Ahnung mal den erst mal es ist so und haben Patrick Swift okay wo hat auch dieses Tattoo oder was ok so so äh natürlich hallo so 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 musst du mal runter gell kugel ok haa ja machs mal kurz hier entlang hm das blöde Laptop müssen wir auch noch suchen wahrscheinlich, aber erstmal kümmern wir uns hier darum, dass wir erstmal hier warte mal, gibt es hier noch was irgendwo? ein Schussloch, ein Schussloch oder nicht? da wollen wir mal nach draußen gehen ein Telefon ich sollte alle diese fotografieren jemand hat sich durch die Tür jemand hat sich durch die Tür eine Bulletin stopp stopp oh ne nochmal mit Siva hier außen rum komm her na gut, dann wollen wir mal reingehen ok rein mit Siva aha nein so ist es auch da rein, Siva genau so lass mal hier hinten rein aha, ok da können wir in zwei Räume dann erstmal hier rein, aha da haben wir es ja auch schon wieder noch einer so 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 hm genau so schön warte mal suchen sie nach anzeichen für ein kampf ja hab ich auch schon gefunden, hier sie brauchen das Spiegel aha, was haben wir denn da drüben hm hm ein Einschussloch haben wir da ja komm beug dich mal ein bisschen nach vorn süße Maus so ja hallo so sie ach sie sie ach 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 also geht doch um ich gleich so ja dann wollen wir mal gucken gibt es hier vielleicht da hinten noch irgendwo was ok ich rede mal kurz mit dem Doktor das 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 ist ja ist ok hm hm aha hier 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 Ich habe alle Blöcke in der Seite gesammelt. Ich bin gut. Ich denke, ich habe alle Blöcke jetzt. Mal gucken, was die Not so hat. Hallo? Danke. Oh, ja. Lass mal hier das... Genau, sie veröffnet das Ding. So. Noch ein Handy. So. Jetzt. Das nächste Handy. Was ist das? Was ist das? Da ist etwas unter diesem Schnellen. Tony, kannst du mir helfen, das Schnellen? Du bist willkommen, Sieva. So, dann wollen wir mal loslegen hier. Dann hilft mir mal, Tony. Weg mit dem Ding. Aha. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, hallo. Ja, das war ein Modell. Spiegelscherbe. Ein missbissendes Scherbe. Ich denke, das ist alles die Wahrheit, ich werde es tun, um zu prüfen, dass es hier eine Struggle ist. Das ist alles. Ach, den haben wir. Laptop, meine ich. Da ist ja das Laptop besser. Das ist wie ein Koffer, ey, wirklich. 100%. Ja, das gibt's echt nicht neue. Was hast du? Wir haben zwei Telefonen und ein encryptetes Laptop, die für ein wildes Koffer mit McGee sind. Das ist ein Lachen? Ja. Ja, das ist eigentlich nicht eine sehr gute Idee. Ich lasse McGee wissen. Boss? Boss? Das ist verrückt. Du hast mich aufgenommen. Eigentlich, auf der zweiten Idee, ich bin nicht verrückt. Ja, das gibt's echt eine neue Hand. Sie hat mir eine Trophäe verdient. Fünf Sterne Unterbringung. Okay. Gut. Let's go. Ja, das kriegen wir mal bei Logar aus. Ich kann mir die Nachrichten angucken und die sind wirklich. Und das ist ja das alles auch. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir jetzt hier Schönes. Machen wir mal als erstes Laptop. Und, let's go. Eins. Zwei. Und die drei nebendran. Okay. Vier. Wow. What the hell. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Drei Dinge haben wir. Warte mal hier. Das ist unwichtig für mich. Das ist genauso unwichtig. Ha. Einmal. Das ist ein guter Hinweis, finde ich. Wenn das nicht so ist. Wenn das so gibt, vielleicht, dann ist es ein guter Hinweis für mich. Hä? Hallo? Ah, okay. Das haben wir wahrscheinlich schon. Da muss man hier gucken. Nein. Das ist auch unwichtig. Das ist recht unwichtig. Dann kannst du doch das hier sein. Das ist auch vor vier Tagen. Na, alter. Ganz einfach. Die Lösung ist, wenn es gelb ist, ist es richtig. Wenn es nicht gelb ist, dann ist es unwichtig. Ah, ich bin da nicht drauf gekommen. Hab dich. Nicht abhauen hier. Erstmal gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Unwichtig. Auch unwichtig. Ha. Das ist wichtig. Hops. Gut, machen wir weiter. 100%. Auf den drück ich echt vorkommen kann, mir die Diener durchzulösen. Danke, McGee. Ich spreche mit Abby, wenn du nichts anderes findest. Und wenn es dann gelb ist, ist es dann das Richtige ist. Ey, da habe ich hier echt viel drauf kommen können. Echt wirklich. Ach, schon wieder mit den 6. Nein, Nachrichten. Ich muss gleich mal gucken, wenn wir das haben. Ich werde jetzt erstmal hier kurz cutten. Okay, hallo. Hier bin ich wieder, Leute. Entschuldigung, gerade eben. Oh, warte mal. Wir beenden dann jetzt hier den Part und sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr einschaltet, gebt Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, das wäre mir nicht nett von euch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis gleich. So.